Bevor das Video startet, kurzer Reminder an morgen, die OG Season geht ja los und es würde unglaublich supporten, falls ihr meinen Creator Code LWVB jetzt schon im Item Shop eingeben würdet. Wenn ihr euch morgen den Battle Pass holt, dann könnt ihr mir damit indirekt ein bisschen was zurückgeben. Würde mich sehr unterstützen, morgen werde ich auf Twitch und auf YouTube gleichzeitig live sein und in die OG Season zusammen mit euch starten. Ein Turnierchen, wo der Gewinner ein Skin-Legenden-Paket gewinnen kann und zwar ein Anime-Legenden-Paket. Es ist so, wir spielen jetzt heute ein Custom-Turnier aus drei Runden, aber es läuft ein bisschen anders ab als sonst. Dadurch, dass es ein Skin-bezogenes Turnier ist, spielt man heute seinen Lieblings-OG-Skin. Kann natürlich auch sein, dass man in seinem Spind gar keine Skins hat. Kein Problem, dann spielt man halt einen No-Skin. Aber so können wir eben sehen, seit wann der Spieler aktuell aktiv in Fortnite ist. Eventuell haben wir Leute dabei, die seit Chapter 1 spielen, ein paar seit Chapter 2, einige, die auch jetzt erst in Chapter 4 angefangen haben. Und sich eventuell dann auch das Skin-Paket mehr verdient haben, weil wenn No-Skin gewinnt, dann wissen wir, dass derjenige keine Skins hat. Das ist das Turnier. Ich bin sehr, sehr gespannt. Benutzen alle den Creator Code LWVB bis Bescheid lassen. Like da, ein Abo da lassen. Ganz, ganz wichtig, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und, ich würde sagen, wir gehen rein, let's go. Hier sind die Ehren-Supporter von euch eingeblendet, die mir auf Instagram ein Bild zukommen lassen haben, wie sie sich was mit dem Code ALWVB im Alpeshop geholt haben oder den Code einfach nur eingetragen haben. Das reicht auch schon völlig aus, um eingeblendet zu werden. Vielen, vielen Dank für den unglaublichen Support. Wir sind in der allerersten Runde vom OG-Skin-Turnier. Wir haben so ein Turnier auch schon mal gemacht. Viele einen oder anderen können sich vielleicht daran erinnern. Wir haben jetzt auch im FNCS-Teil den Battle Bus. Das heißt, perfekt fürs Turnier. Sehr, sehr geil. Wir gucken mal, welche OG-Skins wir hier in der Lobby haben. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie die Leute hier performen werden. Und vor allem, ob ganz am Ende vielleicht so ein Dark Knight gewinnt. Oder vielleicht am Ende eine Elite-Agentin gewinnt. Oder ganz am Ende einen John Wick gewinnt. Das Periteter-Tool ist leider noch so ein bisschen verbuggt, aber es ist okay. Man kann irgendwie damit wenigstens noch ein bisschen was machen. Oha! Sportakus! Sportakus mit dem Season 2-Skin! Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr dazu? Sportakus mit dem Season 2-Skin. Crazy. Sachte Knödel mit dem Kill auf Let Me Cook und Jo Dennis mit dem Kill auf Rabo. Top 94. Das ist schon mal ein geiler Skin. Das sage ich euch ganz ehrlich. Und ich glaube, der ist auch ordentlich am Tryharden. Guck mal, wie er sich bewegt. Guck mal, wie er sich bewegt. Ui, 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 ui. Vor Sportakus muss man aufpassen. Ein Spieler mit sehr, sehr viel Erfahrung. Und das ist ein geiles Turnier. Und daran können wir auch festmachen, seit wann die Spieler hier spielen heute. Wen haben wir noch so dabei hier? Hamster der Zocker. Okay. Mit dem Schnee. Und wann ist der? Der ist Chapter 2, oder? Nee, der ist Chapter 1. Äh, Season 7. Der muss Season 7 sein. Ich glaube, das war die Schnee Season. Die Schnee Season von Chapter 1. Bin mir sogar ziemlich sicher, jetzt, wo ich den gesehen habe. Das war, als die Flugzeuge das erste Mal rausgekommen sind. Guck mal ein bisschen weiter. Wen haben wir hier? Mario. Was denn das? Mario, du spielst dein Lieblings-Skin. Ist doch nicht dein OGs. Das ist das Kind, Mario. Vor einem Jahr für 29 Tage im Shop. Echt jetzt? Okay, Mario. Sorry. Ich hatte den Skin noch, deswegen finde ich den nicht selten. Maximum No-Skin. Ey, dem würde ich es gern, wenn er es holt. Zeige euch ehrlich. Wir haben hier Benedikt III mit zwei Kills. Zwei Kills schon. Wer ist unser Top-Frager? Top-Frager aktuell. Sebel. 12. Benedikt III. Sehen wir gerade drauf. Sweaty VB. 120 FPS mit 2. Und gib Kekse mit 2. Das sind unsere Top-Frager aktuell der Lobby. Oh. Oh. Sebel, unser Top-Frager mit No-Skin. Sehen wir gerade drauf. Fightet gerade. Was ist der? Sebel mit No-Skin. Oh, hätte ich gegönnt. Was ist denn das für ein Skin? Von Dark-Dead. Auch mit einem Zweier. Ich lerne hier Skins kennen. Die habe ich mir nie gesehen. Ich schwöre es euch. Was ist das für ein Skin jetzt? Wann kamen diese Skins raus? Bro, ich finde den übel selten. Also Real Talk, der ist richtig, richtig selten. Ich sehe den nie. Ich habe den noch nie gesehen. Oh, Fabi King mit der blauen Mütze. Habe ich heute gelernt, dass der Skin scheinbar sehr, sehr selten ist? Okay. Habe ich auch. Okay, Gold Trooper. Ist zwar kein OG Gold Trooper, beziehungsweise hat ihn nicht im OG Style. Aber cool. Kämpft aber auch im Busch. Top 68 Spieler. Dark-Dead dort hinten. Und Twitch Moritz FMBR. Wir werden ein bisschen genervt gerade hier. Von Bekrabbe. Bekrabbe geht jetzt drauf. Schauen wir uns mal an, was hat Moritz für uns zu gehen. Moritz hat... Ist das ein Renegade? Das ist ein Renegade Raider. Hä? Moritz, wo bist du? Ah, nee. Oh Gott, der sagt, wirst du aus. Nee, nee, nee. Hat keinen Renegade Raider. Top 51. Also, wenn ich einen Renegade Raider-Typ hier drin ist, ist schon krass. Also, ich habe, glaube ich, in meiner Community-Team... Ich habe gestern auf der Aldi Royale-Map... ...habe ich einen Typen getroffen und einen Renegade. Davor noch nie. Wirklich, Renegade zu gehen ist so selten. Das ist geisteskrank. Twitch Moritz ist dead. Bekrabbe mit dem zweiten Killer. Bei selber nur auf 23 HP und wird jetzt gepressured. Von Dark-Dead. Und er sagt, er denkt sich gerade hier, du hast mich geklingelt, jetzt klinge ich dich. 12 HP, Twitch-Grabbe vorhin. Big-Grabbe, Dead und Dark-Dead. Drei Kills. Der Mann, der von hinten aussieht wie Revi. 45. Spieler noch allein. Okay, okay. Top-Frager. Benedikt III. Ist aber dead. Kein Call. Mit drei Kills. Aktuell auch sehr, sehr weit oben. Yo, Dennis auch mit drei. Dark-Dead mit drei. Das sind unsere Top-Frager. Okay. Super-Helden-Skin. Scared. Mit dem Donut. Ja, ob das so selten ist, weiß ich nicht. Super-Helden-Skin ist nicht OG. Hat aber wahrscheinlich auch keine. Auf keinen Call geht gerade nicht. Das funktioniert nicht wegen dem... Oh, kein Call dead. Okay. Obacht, Chat. Kein Call. Ist down. Ui, 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 ui. Gehen wir hier ein bisschen weiter. Hier haben wir einen Fight. Twitch-Renox gegen Geeks. Alright. Der Skin ist aber auch nicht so selten, oder? Season 10. True, 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 true. True, 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 true. Ist Season 10. Ich glaube, das war die Season... Ja, ja, ja. Ist Season 10. Stimmt, stimmt. Jetzt, was einer in den Chat geschrieben hat, ist mir eingefallen. Das war dieses, ähm... Wo so ein paar Skins revamped wurden. Und das war einer davon, weil der Skin, der war ja eigentlich ziemlich OG. Ja, es ist okay selten. Es war ein Battle Pass-Skin. Das weiß ich. Den habe ich auch. Oh, ho, ho. Srenox regt einen dicken Pump von dem Fokus. Von dem absolut keinem OG-Skin. Das ist einer der meistgespieltesten Skins in Fortnite. Bro. Oh, man. Okay, Top 37. Guck mal hier. TX hat sich inzwischen eingebaut. Crazy Horse. Ey, es gibt unglaublich viele Buschcamper. Oh, jo, 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 jo. Da sind wir wieder auf Sportacus drauf. Sportacus mit einem OP im Winter. Krass, 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 krass. Drei Eliminierungen hat er. Und der ist gut, ne? Wahnsinn. Hat ein L-Dance rausgehauen. Hat ein krasses Inventar. Ich glaube, der Typ ist confident unterwegs, Chad. Ich glaube, der hat eine große, große, große Lust, hier ein schönes Skin-Paket zu gewinnen. Bleib mal ein bisschen auf dem drauf. Wir gucken mal so ein bisschen, was der anstellt hier in der Runde. Der wackelt mir viel zu sehr. Der genießt es richtig, dass wir dem zugucken, ne? Holt sich die Insel. Viel Kohle hab ich drunken. Alright. Wir gucken mal ein bisschen weiter. Wer könnte ihn contesten? Scared. Der will, glaube ich, auch auf die Insel drauf. Hat auch echt richtig, richtig gute Sachen. Spielt aber halt in den Superhelden, ne? Weil jetzt keinen so richtig GAU-G-Skin, aber wir bleiben mal drauf. Wir gucken mal ganz kurz. Sportacus ganz oben. Hat sich bereits eingebaut und holt sich jetzt die Insel. Scared ist scared. Und geht weg. Maxi mit dem mythischen Grenade-Launcher. Geil. Kann er sich gut weit impulsen. Jetzt glauben wir fünf Impulsi es nur noch. Aber vielleicht fürs Endgame sehr, sehr, sehr geil. Aave Klaus Fridge. Oh, geiler Skin noch. Top 32. Sweaty Isar mit dem Kill auf Hope, 4B, 120 FPS. Und Aave Carval mit dem Kill auf Gridip. Und Scared mit dem Kill auf Sweaty Isar. Weil das Geile an einem Goldie finde ich halt immer, dass man halt währenddessen fighten kann. Ihr könnt den poppen und dann könnt ihr direkt weitergrinden. Und direkt weiter dem Gegner Druck machen. Und bei so Slap Splashes, ihr müsst halt erstmal healen und dann könnt ihr erst weitermachen. Und so ein Goldie ist halt... Digga, ihr könnt weiter fighten. Das ist halt geil. Wenn man halt schon sechs von diesen Slap Splashes hat. Von diesen Super Slap Splashes. Dann finde ich jetzt genug... Oh, gut gemacht. Gutes Peace Control. Von Klaus Fridge. Gut gedacht, dass ich da runterdeziert. Okay, der hat Kopf, der hat Kopf. Klaus Fridge, gute Performance. Weiter machen. Wegen Angelie Marie. Macht das wunderbar. Boah, super gemacht von Klaus Fridge. Kurze Werbung. Inzwischen sollten die meisten von euch meinen Partner MyPC kennen. Sie bieten unfassbar gute Gaming-PCs an. Zu sehr, sehr fairen Preisen. Normalerweise haben wir immer direkt auf alle Gaming-PCs geklickt. Jetzt gibt es aber einen Reiter Fortnite-PCs. Und hier haben wir von günstigen bis zu teuren PCs alles dabei. Ich kann euch aber immer raten, wenn ihr euch einen PC holt, immer ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen. Mir gefällt zum Beispiel der hier ganz gut. Deswegen klicke ich mal rein. Hier legen wir dann mal einmal in den Warenkorb. Und jetzt geht es noch zur Konfiguration. Wir wollen nämlich die Betriebssystem-Version noch in unseren Warenkorb machen. Ich werde jetzt Windows 10 Pro reinmachen. Warum? Weil ihr mit dem Code ALVI im Warenkorb auf Windows 50% sogar sparen könnt. Hier bei Gutscheincode eingeben, könnt ihr dann direkt den Code ALVI eingeben. Bam, anwenden. 25 Euro. Werden noch abgezogen. Ganz ist nochmal ein bisschen günstiger. Sehr, sehr geil. Werbung Ende. Darkdead mit 5 Eliminierungen. Mit dem Revi-Skin. Wahnsinn. Hat eigentlich richtig schlechten Stuff. Warum? 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 Nach 5 Kills? So ein Stuff? Normalerweise sollte man noch vielleicht so Spaß oder so mal gefunden haben. Und er geht direkt relativ komponent rein. Kann auch sein, dass er diese Pump einfach super toll findet. Wird mich persönlich jetzt aber ein bisschen wundern. Also können wir mal Customs machen ohne die krasse Sweater, damit andere mal eine Chance haben. Es wird bald im November-Chat. November oder Dezember. Also wenn dann Anfang Dezember, Ende November sowas. Werde ich ein Turnier veranstalten zusammen mit einer meiner Partner. Und zwar wird es da um einen 1500 Euro PC gehen für den Gewinner. Und da werde ich dafür sorgen, dass das Turnierformat so ist, dass auch wirklich Leute gewinnen können, die in Fortnite jetzt nicht die aller, aller krassesten sind. 11 Kawaii. Auch mit 5 Kills aktuell am Start. Oh. Mit einem FNTS-Skin. Top 19. Boah, der ist aber mutig, ne? Mit seinem Stuff. Wäre ich aber auch mit dem Stuff. Also, aber wir kommen für den Sein aufgepasst. Heavy, beste Pump. Also, really talk mit Abstand. Heavy ist einfach geil. Bro, wenn du die Heavy hast, da kannst du so entspannt gehen. Boah. Chat, wen haben wir jetzt noch alive in den Top 18 Spielern? Wir haben einmal 11 Kawaii, Top Fragger mit 5 Kills. Wir haben Teeks mit dem Zweier. Wir haben Twitch, Mr. Lennox mit einem. Wir haben Sportakus mit dem Drei. Cooler Skin. Einfach, einfach richtig geil. Wir haben Zyro. Oh. Auch ein seltener Skin mit einem Kill. Wir haben den Ninja. Oha. Mit dem gleichen Skin wie Sportakus. Mit dem Donut. Wir haben Cloudstridge mit dem Vierer. Wir haben Maxi mit einem mit dem No-Skin. Frozen mit einem Skin. Wir haben RealFoxi mit dem Donut. Wir haben Skat mit dem Zweier. Flixi mit dem Zweier. Wir haben MNXLeo mit dem Zweier. Wir haben Kipi mit einem. Twitch Coco mit einem. Dr. Duck mit dem Donut. Entenkiller mit einem. Und da sind wir wieder auf 11 Kawaii mit dem Sechser inzwischen. Und jetzt sogar mit Sieben. Ach, er hat den Kill nicht bekommen. Ne. Wir bleiben bei sechs. Vollbart, Aldi. Nur weil ich ein bisschen Bart jetzt habe. Sorry, dass ich mich heute nicht rasiert habe. Ich kann mir Bart in so 4, 5 Jahren bei mir vorstellen irgendwie. Jetzt gerade finde ich es ein bisschen kacke noch, weil ich bin nicht so alt aussehen. Und da lasse ich, dann rasiere ich mich hier so ein F rein. Für Fortnite. Bart nervt mich so hardcore. Wenn ich jetzt unterschreiben müsste, ob ich nie wieder Bart haben würde. Ich würde sofort unterschreiben. Ich hasse Bart. Das nervt mich so krass. Ich schneide mich jedes Mal beim Rasieren. Das ist nichts, was man sich wünscht. Genießt eure Babypopo-Haut noch, wenn ihr noch kein Bart habt. So viel geiler. Na, Karvaii, da ist niemand. Wir rotieren mal ein bisschen rum. Sportokos mit Vierrad jetzt inzwischen auch erhöht. Hat kein Healing mehr außer Minis. Oh, Wüten-Spray reicht halt auch jetzt gegen Cyro in dem Fall. Hier runtergesprayt. Das sind linken Flopper. Oh, Pizza auch gut. Pizza, Pizza auch gut. Zwei Pizzen. Zwei Pizza-Stücke. Sportokos auf 5A. Real Talk. Ich sage jetzt, Sportokos gewinnt es. Oder Karvaii. Ich weiß nicht, warum, aber Karvaii ist unglaublich kompferent. Der nervt so hardcore mit seiner... Boah, was eine God-Rotation. Was eine God-Rotation. Oh. Von Karvaii eigentlich super gemacht. Aber da wurde ein bisschen gegrieft. Top 13-Situation jetzt. Sportokos mit 5D müssen wir auf jeden Fall auch im Auge behalten. Der rotiert jetzt im Besen. Hoch auch eine gute Rotation. Auch gute Höhe. Wen haben wir auf High Ground? Wobei Real Foxy mal ganz kurz zuschauen müssen wir auch. Was hat der vor? Holt sich jetzt wahrscheinlich Teaks. Oh, da sind zwei, da sind drei Situationen jetzt. Teaks, Teaks, Dad. Wie, Foxy auch das. Wir gucken mal ganz kurz. Wir gucken ganz kurz auf High Ground. Wer ist unser High Ground-Spieler? Es ist tatsächlich Clouds Fridge, der jetzt mit dem Besen wahrscheinlich auf dem Baum landen wird. Eventuell kann er am Berg connecten und damit hätte er den High Ground. Das wäre sehr, sehr crazy. Das wäre sehr, sehr gut von Clouds Fridge. Macht er aber nicht. Macht er nicht. Sportokos. Sportokos nimmt sich den High Ground. Clouds Fridge war eigentlich er hat. Ah, jetzt geht er hoch. Jetzt geht er hoch. Okay. Wir gucken uns mal ganz kurz Clouds Fridge an. Sportokos muss jetzt runter droppen. Der hat nämlich nicht mehr so viel HP. Ergibt sich jetzt noch die Mini-Top-9-Situation. Sportokos noch alive. Clouds Fridge jetzt mit ganz, ganz, ganz stark im High Ground. Wird jetzt aber gesplieft. Aktiviert den Besen. Wird wahrscheinlich auf dem Baum landen. Mit fünf. Wir haben Maxi mit einem Dead an Zone. Wir haben Skirt mit einem Dreier. Dann haben wir noch Leon. Wir haben Creepy. Wir haben Dick, Klopter und Ducky. Kawaii jetzt Dead an Clouds Fridge. Top 7. Uiuiui. Sportokos. Jetzt auch mit Pressure von oben. Probieren wir mit dem Besen irgendwie wegzukommen. Wird aber ein Zone-Stamp. Dead. Clouds Fridge. Mit sechs Eliminierungen. Immer noch auf High Ground. Macht das super mit der High B. Landet jetzt wieder auf dem Baum wahrscheinlich. Oh mein Gott. Clouds Fridge und Bäume. Er sollte sich Tree Fridge nennen und nicht Clouds Fridge. Top 6 Situation. Und auf Lower Ground. Clouds Fridge dead? Hä? Er wurde runtergesplieft vom Baum. Clouds Fridge tot. Oh nein. Dr. Duck jetzt auf High Ground. Top 3 Situation. Scared mit dem Fünfer. Kipi mit dem Zweier. Und Dr. Duck. Dr. Duck. Mit einem Kill auf High Ground. 17. Green aber nur noch. Und er spart sich die Pizzen auf. Auch wenn sie, ne. Nur 5 HP Green geben. Pro Pizzastück. Würde ich mir aber schon die ein oder andere jetzt mal gönnen. Sag ich euch ehrlich. Kipi glaube ich unten mit gar keinem. Ne, er hat keine Bills mehr. Muss jetzt runtersprayen. Holt sich jetzt wahrscheinlich auch Scared. Scared nämlich mit sehr, 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 sehr lower HP Anzahl. Kipi stirbt dabei. Ja, und das ist ein gewonnenes Game für Dr. Duck. GG's, W's und Schüss in den Chat. Dr. Duck mit 3 Kills. Ein Skin. Ja, ob der OG ist, ob der selten ist, weiß ich nicht. Aber nicht jeder hat wahrscheinlich einen OG-Skin, einen seltenen Skin. Gewinnt das erste Skin-Paket. Und zwar Anime Legends Pack. Wir sind in der zweiten Runde vom OG-Skin-Turnier. Wir haben schon die ein oder anderen OG-Skins gesehen. Wir sind wieder in einer komplett vollen Nobby. Wieso? Geil. Wir gucken mal, ob jetzt diesmal vielleicht auch jemand gewinnen kann, wo wir sagen, okay, den Skin haben wir noch nie gesehen oder der ist extremst selten. Wir gehen rein. Let's go. Oh, wow, 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 wow. Blaze the Musa. Geil. Season 4 Skin von Chapter 1. 23 Spieler jetzt noch alive. Season 6. Ah, stimmt. Ich habe ihn verwechselt mit dem Skin, den wir uns vorher angeguckt haben. Das ist auch ein rothaariger Skin. Aber Season 4 war ja die Superheld-Season. True, ihr habt recht. Und da gab es auch einen Skin, das ist diese rote Superheldin. Mit der habe ich den gerade verwechselt. Ich habe da echt manchmal ein Dreher dran. Blaze the Musa mit dem Donut haben wir noch am Start. Hamster der Zocker mit dem Zweier. Wir haben Joe Dennis mit 3. Wird gerade ein bisschen gepressured. Wir haben Never Call Solo mit unglaublichen Staff. 3 Kills hat der Mann. Wir haben Focus Reason A 9 mit dem Donut. Wir haben Daddy Linux Gold mit einem. Wir haben Kaki mit Dreier. LG Flopper, der... Wir haben Malone U mit dem Zweier. Mythische MK. Alright. Wir haben Zarno First mit einem. Wir haben Dexibu mit dem Zweier. Wir haben Juno Grimms mit dem Dreier. Wir haben Twitch Skellins mit dem Travis Scott. 3 Kills. Twitch Nino FM-Bear mit dem Dreier. Frag mit 3. Twitch Nauke mit einem. Wir haben Maxim mit dem Donut. 3 Screams mit 4. Weasley mit einem. Kimox mit einem. Blaze the Moser mit dem Donut. Top 19 Situation. Ich glaube, wir gehen mal ganz kurz in die Drohne rein. Wobei ganz kurz auf LG Flopper draufbleiben. Der hat nämlich nur 23 HP. Er hat kein Healing mehr. Wir gucken mal, was er draus macht. Der wird aber geprittert von hinten. Oh, wird jetzt eklig für ihn, ne? Top 17. Wir gucken mal, wir gucken mal, wir gucken mal. Vielleicht kann er sich einen heftigen Refresh holen. Er schafft es nicht. Er wird jetzt geholt vom Kimox. Der hat selber noch einen Goldie. Dem geht es richtig gut noch. Top 14 Situation. Wir gehen mal ganz kurz in die Drohne rein. Wir gucken uns das Ganze jetzt ganz kurz mal von oben an. Und wir sehen hier die Zone, die pullt. Geht ein bisschen hoch, aber es ist keine Rotation, die unbedingt schwer sein muss. Ist halt ein Berg. Aber es, finde ich, hält sich absolut noch im Rahmen. Frack haben wir jetzt auf High Ground. Und wir gehen jetzt auch auf Frack drauf und gucken uns an, was er oben so macht. Hat gar nicht mehr so viel MP-Money. Das heißt, er muss gucken, dass er vielleicht eventuell den ein oder anderen Clean hier macht. Vielleicht für die ein oder anderen Kills geht. Und dann auch den Stuff bekommt. Er braucht nämlich gar nicht so dringend einen Refresh. Aber es ist natürlich relativ einfach und angenehm, wenn man dann unendlich Munition hat. So nach dem Motto für das Endgame. Aber 39 ist schon wack. Top 12 Situation. Kimox ist jetzt hinten. Das ist zum Beispiel jetzt ein Kandidat, den er kriegen könnte. Jetzt hat er nur noch 21 Muni. Jetzt hat er nur noch 10 Muni. Und das meine ich. Kimox mit dem Kill of Frack. Er holt sich tatsächlich Frack und damit einer der besten Spieler. Aber da kommt jetzt Never Call Solo von der Seite und holt sich wiederum Kimox. Mit vielen Minierungen. Hat aber auch unglaublich kranken Stuff. Neun Spieler jetzt noch alive. Never Call Solo. Probiert es in Zone zu rotieren. Zano first mit zwei. Juno mit drei. Skellings mit einer guten Rotation oben mit dem Besen drauf. Mit vier. Nino ganz unten auf Logrohr mit vier. Rice mit fünf. Weasley auf Highground mit zwei. Blaze Moser auf Logrohr mit einem. Deines mit drei. Wir gucken uns mal ganz kurz Never Call Solo an. Weil der hat wirklich unglaublich guten Stuff. Er hatte. Er hatte. Er hatte. Er hatte. Oh was ein Pump von Blaze Moser. Auf Rice. Oh was ein Play. Blöden Pump auf. Wie wir vom werden. Weasley. Hier oben. Ist auf Highground und macht es sehr sehr gut. Weasley hat glaube ich gar nicht so viele Kills oder? Der hat zwei. Ist okay. Ist in Ordnung. Aber der hält die Position oben auf Highground sehr 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 gut. Jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Skellings will glaube ich von hinten hoch pushen. Aber Weasley der merkt das. Weasley merkt das. Er rettet sich jetzt noch mit dem Besen. Oh kommt er auf die Plattform drauf. Perfekt eigentlich. Eigentlich war es perfekt. Oh. Stimmt voll der nicht. Zano. Juno. Skellings. Und Twitch Nino. Top Frager. Okay wir gucken auf die unteren drauf. Da ist es gerade am spannendsten. Tschüss Skellings mit dem Kill. Ne Zano mit dem Kill. Sorry. Ach die haben sich gegenseitig gekillt. Ist es jetzt nur noch Twitch Skellings und Zano? Oh. Zano hat glaube ich gecleanet von oben. Habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Nino damit jetzt auch dead. Und jetzt haben wir eine 1 gegen 1 Situation. Und es ist eigentlich ein sicherer Win. Für Zano first. 5 Eliminierungen. Zano first gewinnt damit das Legends Skin Paket. Das Anime Legends Skin Paket. GG's. W's und tschüss in den Chat. Wir sind in der 3. Runde drin. Mal wieder eine komplett volle Lobby. 95 Spieler. Sehr 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 crazy. Wir machen weiter. 2 Leute haben schon gewonnen. 2 Leute konnten sich das Skin Paket bereits schon abholen. Wir gucken mal. Was wir für Endgames. Was wir für Fights in dieser Runde sehen werden. Let's go. Oh. Das ist ein Playstation Skin, oder? Twitch ist Renox auch wieder dabei. Haben wir in der letzten Runde auch gesehen. Killed bei Winnie. Oh mein Gott. Das ist ein Twitch Skin, ne? Von so einem Twitch Paket damals. Der ist richtig selten, der Skin. Den habe ich auch. Twitch Prime Skin. Ja, genau. Top Fragger. Clouds Fridge mit 5 Eliminierungen. Also der Mann, der performt hier gut, ne? Der macht das nicht schlecht. Okay, und der will hier weiter gehen. Okay, ist spannend, was Clouds Fridge hier macht. Clouds Fridge und Winner Ash. Beide Top Fragger mit 5 Kills. Aber ich glaube, jetzt ist Aave Clouds Fridge wieder alleine Top Fragger. Mit 6 Eliminierungen. Winner Ash. Hier sind wir drauf. Auch mit 5 Eliminierungen. Auch ein unglaublich guter Stuff. Wir haben jetzt noch 1 in den Top 20. Turtle mit 2 Kills. Wir haben Hamster, der Zocker mit 2. Uh, die mythische Tommy. Okay. Weasley mit dem Donut. Wir haben Fisch ihm mit 3er. Wir haben Paranoia Arda mit seinem Kill. Auf Winner Ash. Wow. Paranoia Arda, den hatten wir gar nicht auf dem Schirm. Auch mit 5. Wir haben Fischkopf mit dem Donut. Wir haben Frag mit 2. Wir haben Keymox mit einem. Wir haben Twitch Quente mit einem. Wir haben Twitch Scalins. Und Travis Scott diesmal am Start mit einem Kill. Wir haben Minimathos mit einem Kill. Wir haben Creamy mit dem Donut. Wir haben Ave Cloud Switch mit 7 Kills. Der macht einfach weiter mit dem W-King. Guck mal. Wahnsinn. Wir haben Psychos World mit einem. Wild Zero mit einem Donut. Lemma Pro Gamer mit einem Donut. Berix mit einem. Halbkani mit einem. Chuck Norris mit einem Donut. Und da sind wir wieder auf Turtle drauf. Mit 2. Ui, ui, ui. Fischi hat das nicht gesehen. Und jetzt hier der Nadel-Runcher. Der muss die Flopper, die Flopper, die Flopper, die Flopper. Sehr gut. Er playt ein bisschen Zone. Das macht er eigentlich nicht schlecht. Der hat noch einen Flopper. Oh nein. Er muss den Zone. Er muss den Zone ganz dringend. Ui, 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 ui. Sehr gut. Oh, er wird jetzt richtig genervt. Uff. Top 17. Oh. Oh mein Gott. Wenn er jetzt in Ruhe gelassen wird, ne? Dann war das der krasseste Refresh, den er jemals hätte bekommen können in seinem Leben. Oh mein Gott. Was ein wichtiger Kill von ihm gerade. Jetzt muss er mit dem Puls jetzt irgendwie reinrotieren. So gut gemacht. Super gemacht von Fischi. Sehr, sehr stark. Top 16. Wir haben auch noch sehr, sehr gute Spieler hier live, ne? Junge Quentin. Was ist das denn für ein Wilder Skin? Geil. Gerade mit dem Effekt vom Goldie sieht es noch geiler aus. Einfach ein türkiser Popo. Oh, Chuck Norris. Boah, gut. Okay. Boah, das ist geiler Stuff, der da liegt, ne? Er braucht die Goldies. Er braucht die Goldies. Er kriegt die Goldies nicht. Er hat die Goldies nicht bekommen. Wie viel Pech hatte er? Top 13. Er hat alles bekommen, außer die Goldies. Bittere Situation jetzt für Chuck Norris. Hat auch einen sehr seltenen Skin. Break. Dead an Keymox. Top 12 Situation jetzt. Oh, wir gehen mal ganz kurz in die Drohne drauf. Ganz kurz mal in die Drohne reingehen. Cloud Spridge mal wieder auf High Ground. Wird jetzt oben contested von Quentin VB. Okay, mal gucken, was die zwei da oben jetzt draus machen. Cloud Spridge ist gerade out of zone. Überrammed jetzt Quentin. Weasley jetzt dead sehen wir unten. Cloud Spridge, wir gehen mal ganz kurz drauf. Top 9 Situation jetzt. Droppt jetzt wieder runter. Box Chuck Norris. Ja, geht nicht viel rein. Er hat noch einen Goldie Intus. Das ist ganz wichtig. Er geht wieder auf High Ground. Oh, veräumt wieder seinen Pump. Alles gut. Ihm geht es aber noch gut. Aber Chuck Norris hätte ja auch schon zweimal down sein können. Verwacht. Top 7. Hamster der Zocker mit dem Kill auf Berix. Twist Claynix mit dem Kill auf Hamster der Zocker. Oder hat der Zocker jetzt gecleaned? Turtle unten jetzt crackt. Geht jetzt hoch mit seinem Besen. Cloud Spridge, unglaublich gut macht er das, ne? Wirklich. Er macht es wirklich... Oh mein Gott, nein. Das hat ihn jetzt ein bisschen mehr gegrieft. Er hat nur noch zwei Wilds, Chad. Oben Claynix. Oh, er wird runtergesprayt. Der Links muss jetzt ja aufpassen. Cloud Spridge, keine Materialien mehr. Muss jetzt irgendwie mit seinem Besen spielen. Vielleicht kriegt er unten noch einen Refresh. Wird aber schwer. Top 4 Situationen. Wir haben jetzt noch dabei Cloud Spridge. Wir haben halb Kani. Wir haben Twitch. Scalings wieder auf High Ground mit guten Mets. Oh mein Gott, der hat so geile Mets, ne? Und dann haben wir noch Kiwi. Wir müssen auf die Jungs unten drauf. Und da ist der Refresh, den er gebraucht hat. Cloud Spridge. 10 Eliminierungen. Alles an Mets, was er halt überhaupt jemals brauchte. Auch für die nächste Runde. Da hat er auch noch genug. Top 3. 11 Cloud Spridge. Scalings auf High Ground. Cloud Spridge will da auf High. Und Kipi. Er will auch auf High mit dem mythischen Katana. Oh mein Gott. Was ist denn das gerade für eine Situation? Die wollen alle unbedingt das Skin-Paket gewinnen, ne? Aber sowas von dringend. Twitch Scalings. Hat sich jetzt ein bisschen verbaut. Kipi mit dem unglaublichen Kill. Auf Cloud Spridge. Twitch Scalings. 10 Green HP. Kipi aber genauso. Kipi auf 6 Green HP. Oh. Und es geht mit Scalings. Kipi stirbt an Sohn. Scalings mit nem Travis Scott. 3 Kills hat er gemacht. GGs, Ws und Tschüss in den Chat. Sehr, 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 sehr stark. Ich habe jetzt auf gar keinen Fall bei meinem Partner MyPC vorbeizuschauen. Die Seite von MyPC findet ihr mit dem allerersten Link in der Videobeschreibung. Dort findet ihr unfassbar gute Gaming-PCs zu sehr, sehr fairen Preisen. Viel Spaß beim Shoppen. Viel Spaß mit eurem Gaming-PC. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.